hallo meine lieben wie versprochen wollte ich euch auch noch mal zeigen diese bären die ich alle nach einer anleitung gemacht habe aber andere wolle verwendet und andere nade ja und zwar wir fangen jetzt mit diesem braun an dafür habe ich eine jahren art deutsche genommen und nadeln nummer fünf ich habe zwei knolle gebraucht und es hat mir vielleicht zwei meter nicht ausgereicht diese bär ist ungefähr 40 cm groß ja diese grüne das ist aus himalaya dolphin baby ich habe eineinhalb knoll gebraucht und nadeln nummer fünf diese bär ist ungefähr 37 cm orangen da habe ich eine schnelle fein genommen nadeln nummer vier und eineinhalb stück vom knollner das heißt der ist ungefähr so bei 30 cm das hat mir vollkommen ausgereicht eineinhalb und ich häkle auch relativ fest so diese kleine blau das ist das was ich für euch auf deutsch gemacht habe da habe ich hier himalaya velvet benutzt nadeln nummer vier und dafür habe ich eineinhalb knolle gebraucht diese kleine ist ungefähr 29 28 cm und ganz kleines mädchen ist aus jahren art velour gehäkelt nadeln nummer vier und da habe ich nur ein knolle gebraucht und ich finde die sehen alle sowas von hübsch aus ja ich weiß nicht ich fand diese anleitung sowas von einfach und wunderschön ich habe mir gedacht das ist egal wohin mit den bären aber ich probiere es einfach aus und zeige euch was daraus wird man kann natürlich das aus ihm nicht nur himalaya häkeln sondern auch aus baumwolle und acryl die werden dann viel kleiner und die werden dann auch nicht so empfindlicher man kann ja auch in waschmaschine waschen und man kann das auch für ein kleines baby in die hand geben dass er auch im mund nimmt da passiert ja nichts besonders aus baumwolle aus diese wolle da würde ich ein bisschen ja da sehe ich ein bisschen anders weil der ein bisschen wuschelt nur und ja ich glaube für ein ganz kleines kind was noch im kinderwagen ist das ist nie so gut geeignet ist meine meinung nach na gut ich wünsche euch allen viel spaß beim nachhäkeln und bis zum nächsten mal tschüssi